1 Feuerio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Nix Wundertausch Nasslog mit Miri und Balui. Ich bin Miri. Nein, Balui. Nein, wer war ich nochmal? Ich lasse das Groomie einfach hier stehen und dann... Na gut. Groomie. Ein Kaifel muss ich fangen, einfach weil... weil ich es fangen muss. Ich habe gar nicht die Wahl, weil ich es dann Wunder tauschen kann. Das ist das Tollste da dran. Haha. Haha. Was ist Weißnebel? Kennt ihr jemand anderes farbigen Nebel? Also, naja. Silbernebel. Was? Wie mache ich es nicht zu sehr kaputt? Nicht mehr in der Feuer, dachte ich. Das wäre falsch? Ja. Das ist Eis. Ja, aber dann würde ich doch nicht so viel Schaden machen. Hä? Denken wir nochmal nach. Was passiert, wenn du einen Eisblock über Feuer hältst? Es schmilzt, aber das Feuer geht aus, weil das Wasser drauf tropft. Bist du doof, ne? Dann war es das falsche Pokémon, was ich eigentlich gekauft habe. Welches Pokémon sollte ich nehmen? Quaiutzu. Gut. Tschüss. Los, Quaiutzu. Ja, ja. Mach ruhig nochmal Weißnebel. Aquavelle. Die ist so stark. Oh, wow. Wir sind ein Wasser Pokémon und haben jetzt zu Wasser. Nicht grüten. Nein. Oh nein, das ist Boden. Du hast gesagt. Es ist Boden. Du hast dafür gesagt, dass ich jetzt nicht Wunder tauschen kann. Ich habe vergessen, dass es Boden auch noch hat. Tut mir leid. Nein, tut mir gar nicht leid. Du darfst das nächste Pokémon auf jeden Fall Wunder tauschen. Soll ich Geduld lernen? Nein, bitte nicht. Dobi. Das ist das zweite Pokémon, was ich verkämpft habe, oder nicht? Ja, aber mit Mammute wärst du bei allem effektiv gewesen. Ich kämpfe lieber. Hallo. Oh, oh, oh. Das siehst ja richtig stark aus. Ein Kampf gegen dich kann ich mir nicht entgehen lassen. Ja, ich bin der stärkste Trainer, der hier so rumläuft. Und du mit deinem Minirock hier in der Höhle, ne? Kriegst du da nicht Blasenentzündung? Oh. Gumi, Attacke. Gumi, los, kämpf. Was kannst du denn schon? Nein, lass es nicht kämpfen. Das ist Level 30. Ja, und? Was ist denn das? Ramocles ist Kampf. Was noch? Nein, das ist Stahl und Geist. Stahl und Geist. Dann Feuer. Luraak. Lut, Katschuh. Unser Luraak ist irgendwie nicht so stark, wie ich gedacht hätte. Aber naja. Na, das ist nicht so effektiv, mein Freund. Euer Zahn. Weiß der sich nicht an Stahl die Zähne aus? Ja, tut er. Hast du noch gesehen. Ja, mach noch mehr Eisen. Wie wär's mit Flammenwurf. Ja, ich merk's schon. Wahrscheinlich hat es nur physisch sehr starken Schutz und kein Spezial. Gut, dass Luraak beides kann. Ha, 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 ha. Armes Pokémon. Tut mir leid. Tut mir leid. Wie das auseinanderfällt. Ja. Du hast es zerstört. Du hast ja Pokémon kaputt gemacht. Ich hab ja gesagt, es tut mir leid. Gummi Level 14. Gummi Level 15. Wie ich sag mal Gummi heißt. Gummi Level 16. Das hat aber viel XP gegeben. Ja. Gerade war auch knappe Sache. Da hat mir viel gefehlt und ich hätte gewonnen. Was? Sie blind ist sie? Doof. Was ist falsch mit dir? Bisschen meh. Wahrnehmungsstörung. Viel Spaß beim Rutschen. Ich hasse diese Hülle einfach. Ich hasse sie. Ich hasse sie und werde sie für immer hassen. Hallo. Ob es jetzt taggelt oder späre vom Himmel regnet. Ich lege stets ein elegantes Gebaren an den Tag. Diese Einstellung ist ganz selbstverständlich für einen Ass. Unter Astrinern, so wie ich eins bin. Katze, gehst du von meinen Keksen weg? Du sollst keine Kekse mehr essen, wenn die Katze da ist. Ja, aber warum isst die Katze Kekse? Du bist eine Katze. Du brisst Fleisch und Fisch. Reitschuh. Warte, Reitschuh ist Elektro. Hab ich nicht einen Boden-Pokémon, wo mir das alles scheißegal ist. Komm mal ruf. Ja, ja. Wenn du jetzt gleich irgend so ein Quatsch macht, wie Wangen-Rubler oder so ein Scheiß, dann bin ich aber sauer. Wangen-Rubler hat keine Wirkung, weil du Bohnen bist. Generell keine, okay, gut. Nein, das ist eine Elektro-Rubler, ist eine Elektro-Tacke? Ja, ist es. Okay, nicht das Messina-Tacke. Nein, nein, nein. Guck mal, sogar ein richtiges Rai-Chu. Ja. Männliches. Ja. Hallo Katze. Überhaupt unbedingt Facecam haben wir schon gesagt. Die kommen sonst nicht so viel an. Nur wenn wir aufnehmen. Im nächsten Projekt. Ohr. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ja, Feuerorden. Vor der oder dem so gut. Feuerorden. Oh, dem. Warten. Feuerorden kriegen wir erst noch irgendwann. Äh, Antoron. Das ist Wasser-Psycho. Die Entwicklung von Antoron. Nicht einquetschen. Ja, nicht einquetschen. Kommt da nicht wieder raus. Ja, sie hat sie da selbst reingelegt. Darf ich die Gardevoir nehmen? Du könntest auch Voltensum nehmen, da das ja unser Elektro-Pokomon ist und besonders gut ging. Ja, oder ich nehme Zauberblitz. Aber es hat keinen Steppichweiß. Ja, aber du könntest auch einfach Voltensum nehmen. Ja. Ist ja die Katze umgebracht. Nein. Dann putze ich am Hintern, hast du sie ausgequetscht. Äh, Donnerblitz. Yeah, wir haben Donnerblitz. Tschüss. Ja, das war jetzt sehr schwach. Äh, ja. Putt gegetert. Ja, alles putt. Glurak ist noch nicht mal Level 50, Gumi. Gumi hat bald ein höheres Level als Gumi. Glurak ist, äh, was ist das? Geist, Psycho-Pokémon, Boden. Boden, noch irgendwas? Boden. Noch irgendwas? Boden. Was haben wir Gutes gegen Bodenwasser? Aber Jutsu. Ja, ja, ich weiß. Lass mich das doch selber rausfinden. Meine Güte, ich muss das doch lernen. Du darfst nur Ja oder Nein sagen. Ja. Ja. Nein. Pikachu. Tschüss. Immer diese nervige Wandlungskunst, ne? Und tot. Und geweckt. Wir müssen unbedingt, äh, Siedewasser. Du darfst Gumi nicht gleich entwickeln lassen, sonst braucht das noch viel mehr XP, als es sowieso schon braucht. Was? Ja, wenn es sich jetzt bald irgendwann entwickelt. Machst du einfach B und dann entwickelst es sich nicht. Dann brauchst du nicht so viele XP. Und das ist sinnvoll? Ja. Und das lernt die Attacken schneller. Okay. Auch bei einer Niederlage weiß ich mich elegant und angemessen zu verhalten. Naja, vielleicht ist es an deiner Seite. Ich bin eben ein Ass unter Astrainern. Hallo. Ich bin eben ein Ass unter Astrainern. Nicht von der Katze ablenken lassen. Mach ich doch nicht. Nein. Ich hasse diese Höhle. Das weißt du, ne? Rutsch, rutsch. Ich siehs ätzend. Nur noch sieben Minuten, dann ist deine Folge zu Ende. Lauf jetzt nirgends Falsches hin. Hallo. Ich habe einen Wanderer zum Vater und eine Wanderin zur Mutter. Die Berge sind mein Zuhause. Böge dir also bloß nicht ein, gegen ein Wanderskind wie mich im Gebirge gewinnen zu können. Aber er ist in der Höhle und nicht im Gebirge. Hallo. Wanderer Gustl. Gustl. Das ist ein Mädchenname. Redikant ist in den Wasser. Gestein Wasser. Hm. Das ist aber kein Boden, also kann ich Voltenso gut benutzen. Gestein Wasser. Ja. Gibt es da eine Doppelschwäche drauf? Pikachu. Welches ist gegen Gestein und Wasser gut? Gibt es nicht, oder? Pikachu. Dummi auch. Come on. Vielleicht Pflanze. Stimmt. Okay. Gumi Level 22. Wenn nicht. Hm-mm. Das Level langsam brotzt. Echt so viele XP? Vielleicht ist es zu anderen Pokémon? Das ist ein Drachen-Pokémon. Hier brauchen immer viele. Riezer aus seinem Boden-Pokémon. Richtig? Richtig. Du sollst ja oder nein sagen, habe ich gesagt. Nein. Ja, nein. Ja oder nein. Du dobi. Hallo. Auch ein altes Pokémon. Das ist das erste Pokémon, das gezeichnet wurde. Das erste, was ich mir gedacht habe. Echt? Ja. Das war jetzt nicht so kreativ. Nee, hier ist ein Bohrer auf der Nase. Hm. Aber das ist doch schon eine Weiterentwicklung, oder? Ja. Das heißt, die haben als erstes eine Weiterentwicklung gemalt. Wow. Ich fange auch immer mit dem Ende eines Buches an und lege sie rückwärts. Oh. Mein Selbstbild als Wanderskind ist zerstört. Das war ein Spinner. So, woher jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Nach oben. Nach oben. Da? Ich glaube schon. Nee. 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 ja vor die dritte aus was in trau gefährlich das können schon weh tun was wo mir ist zu langsam ich wechsle wahrscheinlich ein anderes pokémon und versuchst auch mal mit der flucht ja das ist ein platz 1 wahrscheinlich so super so wenn du flüchten möchtest nicht ja eben nicht na dann gehen wir jetzt nach oben hier auf dem das war es nicht aber da gab es doch eisheit ja oder sollte ich unbedingt schon wieder ein bildes ich bekomme niemals wenn ich jetzt mit gummi die ganze zeit auf platz 1 renne entweder tauschen oder wenn benutzen schutz ja aber schutz bringt nichts weil die allen höheres level haben also muss ich eh gummi von platz 1 wegnehmen weil schutz wirkt nur wenn dein erstes pokémon vom level her höher ist als die will also wie alle bilden die ein höheres level haben als dein erst platziertes pokémon könnte ich trotz schutz angreifen also muss ihr beides mag haben wir überhaupt noch schutz haben wir nicht mehr gott gut dass sie nicht eingekauft haben sagt mir wo ich her muss man kann schräg rutschen weißt du wie lange ich geworden das rauszufinden das war so viel einfacher damit das voll der chip ja ich bin dran ja wer sich mit mir und meinen wer sich mir und meinen liebling in den weg stellt bekommen meinen karate schlag zu spüren ja würde ich auch wenn ich gerade konnte würde ich jeden fall frügel der sich zwischen dich um mich so wie chef chef der sein euro keks einsatz kampf was ist gut gegen kampf ich weiß ich ja aber was ist gut gegen kampf muss ich doch mal auf die ich meine liste holen fight darum ist feb und psyche und flug was denn warum habe ich denn wohl und licht extra dazu gesagt du kannst auch server einsetzen nein warte sonst stirbt kajutsu mach kajutsu weg das hat ja voll viel kp verloren ja das hat fähig genau tut mir leid ich habe ja deswegen ja du solltest ja ja oder nein sagen nein du sagst ja nichts aua aua was warum macht das so viel schaden das war doch nicht viel schaden genug um schaden zu machen tschüss zero keks was kommt noch die ruck guckst du test du hast einfach gerade wort denn naja naja du kannst auch psycho einsetzen das sind nämlich nicht mehr und licht kann ja ja ich mache fährt hacke sie ich mag sie nein hat es robust halten 1 wenn es gerade boll stirbt chang chang wieso hat es so mit einem hp überlebt das ist doch gemein nein das sind mehr 1 1 hp vielleicht ja sind zwei drei vier acht jay 53 sehr sollen wir die attacke werden nein bitte nicht was macht die nach ein paar runden greift es dich mit einer starken also den gegner mit einer starken attacke an ach so du setzt es ein und dann dauert es einfach eine weile genau spielt man jetzt im competitive nein der weg der liebe ist steinig und voller hindernisse ja richtig ja ihr lieben aber das war schon mit der heutigen folge mir wieder nächste runde weiter rutschen ist das nicht super und ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten mal das darf ich nach oben da wenn euch die folge gefallen hat und alle rein bis zum nächsten mal und ja tschüss